Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf weplayhandball.de. Heute der neue Top-Schuh für die Saison 1920 von Hummel, der AeroCharge Suprimelit. Was der Schuh kann, was er nicht kann, das zeigen wir euch jetzt im Detail. Wir starten zunächst mit dem Gewicht, 318 Gramm. Da haben auf jeden Fall die Ingenieure von Hummel ganze Arbeit geleistet. Das ist für einen Mid-Cut-Schuh wirklich aller Ehren wert. Optisch finde ich ihn ganz nett, allerdings für einen 160 Euro Schuh und damit sind wir schon im absoluten Top-Bereich unserer Handball-Schuh-Range, hätte ich mir etwas wertiger gewünscht, obwohl dieses neue Upper, dieses Suprimelit Upper tatsächlich einen schönen Look hat. Es ist am Ende eine Booty-Konstruktion. Ihr seht das hier, der Einstieg ist als Socke, das ist ein One-Piece-Upper. Es ist so leicht stretchy, trotzdem ist der Einstieg nicht ganz so komfortabel wie bei anderen Schuhen. Dafür hält er euch aber auch ein bisschen fester im Schuh selber drin. Einer der ersten Top-Schuhe mit Booty-Konstruktion bei Hummel ist ihm auf jeden Fall ordentlich gelungen. Ansonsten fangen wir mit dem Upper-Material an. Wie schon eben angesprochen als Suprimelit, sehr luftdurchlässig, also atmungsaktiv, sehr, sehr leicht und daher auch das geringe Gewicht und wirklich angenehm im Tragekomfort, soll euch ein 360 Grad Grip und 360 Grad Stabilität innerhalb des Schuhs, des Obermaterials bieten. Das Upper-Material ist das, was an dem Schuh wirklich, wirklich gut gelungen ist. Ansonsten Standard-Applikationen, hier vorne die Zehenkappe und hier eine relativ stark ausgestellte Außenkante für die Stabilität nach außen obligatorisch in diesem Top-Segment. Als Dämpfung eine EVA-Dämpfung verbaut, weder weich noch hart, eher im Durchschnitt würde ich sagen, für einen Speed-Schuh. Für einen Speed-Schuh vielleicht nicht so hart wie bei anderen Modellen, aber auf jeden Fall immer noch hart genug, um auch schnelle Bewegungen und Richtungsänderungen ausführen zu können. Wenn wir uns die Sohle anschauen, dann sehen wir hier nochmal die EVA-Dämpfung, von der ich gerade gesprochen habe, einen großen Drehkreis, ungefähr auf Großzähnengrundgelenk, ohne große Auswirkungen. Was allerdings schon etwas Effekt hat, ist hier vorne, dass die Power-Plate die Hummel hier eingebaut hat. Ihr kennt das auch von einigen anderen Herstellern, da wird so ein kleiner Kick-Button eingebaut, der gerade das Absprungverhalten nochmal positiv unterstützt. Ansonsten in der Stabilität her, ist er für einen Mid-Cut-Schuh nicht ganz so stabil wie andere, soll aber auch als Speed-Schuh euch viel Flexibilität bieten und das tut er auf jeden Fall auch. Wer jetzt allerdings in der Mid-Cut-Variante einen sehr stabilen Schuh erwartet, der wird diesen Schuh so nicht tragen können. Hummel hatte ja in den letzten Jahren durchaus Probleme im Top-Schuh-Bereich mit den Branchenführern mitzuhalten. Mit dem Suprime Knit, mit dem Aerot Charge Suprime Knit haben sie den Rückstand nicht ganz aufgeholt, aber sind zumindest ein kleines Stück näher dran gekommen. Ich hätte mir für 160 Euro UVP tatsächlich einen etwas wertigeren Look gewünscht, auch in der Verarbeitungsqualität, so die eine oder andere Naht und die eine oder andere Klebestelle, hätte ich mir wertiger gewünscht. Aber technisch steckt durchaus einiges in dem Schuh drin, wie man ja auch für 160 Euro erwarten kann. Dämpfung ist okay, Grip ist gut, Stabilität nicht so gut wie in anderen Modellen, auch von Hummel selber in dem Preisbereich. Allerdings ist das eben auch ein Speed-Schuh, der euch viel Flexibilität gewähren soll. Das Upper-Material ist wiederum tatsächlich top. Erstens sehr atmungsaktiv, zweitens sehr stabil und drittens sehr komfortabel. Also da haben sie gute Arbeit geleistet. In allen anderen Parametern hinken sie der Konkurrenz teilweise noch ein bisschen hinterher. Trotzdem, wer für 160 Euro erstens einen schönen Look haben möchte und zweitens auch einen ordentlichen Schuh haben möchte, der ist auf jeden Fall mit dem Suprime Knit Aerot Charge von Hummel gut bedient. Für welche Position würden wir diesen Schuh empfehlen? Definitiv nicht für jemanden oder eine Position, wo ihr sehr viel Stabilität braucht. Trotz Midcut-Variante eher ein flexibler Schuh, eher Rückraummitte, eher Außenspieler. Vielleicht sogar mal was für eine Torhüterin oder Torhüter. Allerdings nicht etwas für schwerere Spielerinnen und Spieler auf Rückraum links, Rückraum rechts oder im Kreis oder auch mal auf Rückraummitte. Ist eher schmal geschnitten. Von der Länge her fällt der relativ ähnlich aus wie die anderen Hummelschuhe. Da könnt ihr euch an euren bisherigen Größen gut orientieren. Wenn ihr Fragen habt, gerne über unsere Facebook-Seite, über unseren YouTube-Channel und natürlich auf replayhandball.de. Bis zum nächsten Mal.